Norddeutscher Rundfunk 2021 Norddeutscher Rundfunk 2021 SWISS TXT ZACHT 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 Ah, ja. Wo geht man als junger Bursche hin? Wo geht man in Hamburg? Wohin man in Hamburg gehen muss, um jemanden Nettes kennenzulernen? Es gibt erst mal zwei Sektionen. Am besten geht man an Bootsanlegern, weil so ein Tretboot, das habe ich vorhin schon mal gesagt, ist an sich das Beste an Kommunifikation, was man sich vorstellen kann. Da sitzt also ein Madamechen auf dem Nebensitz, die hübsch ist und die auch so ein bisschen Augenflirt schon gemacht hat. Und dann kann man auf seriöse Art einfach den zweiten Platz im Tretboot. Das hat ja schon mal Spaß. Und wenn er kommt, weiß ich nicht. Servus! Ja, naja. Also erstmal, die wichtigsten Regeln für Österreicher in Hamburg ist sicherlich, dass ihr Englisch sprechen müsst, weil wir verstehen euch ja kaum. Wir bemühen uns aber. dann dürft ihr nicht so gut, glaube ich, mit den Mädels mitgehen hier, weil ihr seid hier in Hamburg, das ist sehr gefährlich. Und, ähm, ansonsten macht ihr schon mal eines vorkommen richtig, so wie ihr ausseht. Also das ist hier natürlich sehr kommunikativ. Wenn ihr Mädels kennenlernen wollt, dann ist das auf jeden Fall das richtige Outfit. Das hat man schon genau richtig. Ja, aber das ist egal, Bayern oder Österreich. Die Leute sehen ganz einfach, dass ihr Sex durch seid. Das ist schon mal gut.